Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ich spiele heute Call of Duty Modern Warfare 3 mit, lass mich schauen, RAM CODE. Ja, hier Live Gameplay hier, ich habe die MP5 eingepackt, die SMAW natürlich noch und noch ein paar Perks, aber die habe ich gerade vergessen. Mann, Mann, Mann. Oh, da hat sie ihn erwischt, da hat sie ihn erwischt. Oh, da liegt er, da liegt er, da liegt er. Da liegt RAM CODE aus der Schweiz. So, jetzt folgen wir erstmal unser Team hier. So, vorsichtig, vorsichtig, müssen wir jetzt nach vorne kämpfen. Oh, oh mein Gott. So. Wo sind die Gegner? Ich sehe die gar nicht. Seht ihr die? Also ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht, ich sehe die Gegner nicht. Oh, aber die Gegner schießen schon auf mich. So, folgen wir mal diesen Lilltypen da. Lilltypen. Lillill. 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 Ach, das ist alles gleiche. Alle da einen Sack damit und Knüppel drauf. Perfekt. Perfekt. So. Also ich bin hier, glaube ich, noch... Letzter überleben. Letzter überleben, da ist hier irgendwo noch. Perfekt. Ja, YouTube Gamescom schaltet halt alle aus. AK der junge Zocker. Ja. So, nächste Runde beginnt, meine Damen und Herren. Ich nehme die ACR mit, die 6.8, USB 45, Taktik, Aufklärung, Schnellziehen, Bro, und den Meisterschützen. Wow. Ich komme gar nicht durch hier. So. Alberdo ist heute nicht am Start. Dafür haben C-O-D-E. So. Was haben wir denn da? Ghost from Hell. Ah, da ist er. Da ist er, da läuft er. Da läuft was. Ah, da läuft was. Es war zu spät. Jetzt steige ich leider erst in den nächsten Runden rein hier. Wie kommen wir denn hier noch drin? Commander Sevo hier, Level 76. Kriegt ja am Boden rum. Boah. Jetzt geht's ab hier. Extrembedingungen, Bro, Attentator, Bro, Meisterschütze, Bro, und Rückstoß als Perkshatter. Ja. Ja, das hilft ja nichts. Ja, schön nachladen. Hier immer die Waffe. Umschauen. Anvisieren. Anvisieren. Ach, schießen! Nein! Nein! Oh, zu zweit auf einen. Das ist noch unfair. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir hier über Waffen noch? G36C PP90M1. Spritter, Erschütterungsdonate, Blinderer, Overkill. Oh, nimm alles mal mit hier. Alles mit hier. Ich bin eh gleich tot von Nenner. Ich spiele nämlich voll schlecht. Oh, die Froschschinkelklopfer, Mapier. Du... Ah, da ist er! 1100 Punkte, Spielballerber. So, Trommelmagazin nachladen und Basejump! Aha, ein roter Punkt ist schon markiert auf meiner Map. Nein! Au! Uuuuh! Mein Gott! Boah! Rahm-C-O-D-E ist hier noch. Letzter Verlebender. Da merkt man halt schon, dass er ein Pro-Gamer ist. Bester Freund von Alberto. Ja! 2 zu 1. 830 Punkte gibt's, Spielbonus. Und jetzt schauen wir das Intro von Rahm-C-O-D-E an. Jaaaa! Nicht schlecht! Oh ne, nicht die G36. Ich weiß nicht. Jo, nehmen wir mal das... 1 Churchill, die P-99 und noch ein paar Perks dazu. Samtex und so. Grenada! Grenada! So, der hört sich hier nicht mehr raus. Oh, bleib stehen! Rahm-C-O-D-E! Geh! Wo ist er hin? Ah, da hinten läuft er! Da hinten läuft er! So, natürlich hinterher. Ah, hast du wohl kein Einschatzschild dabei gehabt? Perfect! Das lass ich nicht auf mir setzen. Wow! Alle Augen sind auf mich gerichtet. Schon irgendwie peinlich. So, grad eben hab ich noch gesehen. Der ist da rein. Perfekt! Ah! Gekonnt ist halt gekonnt, sag ich immer. So, das Einschatzschild nehme ich aber jetzt nicht mehr. Ich nehme mir die R-S-A-S-S und die Jabalin mit. So, die Bombe wurde ich hier schon aufgenommen. Das muss man hier erst gerade leisten. Die Mочку decomet mal auf mich, das anf zerstört sich an. Ja, ich nehme mir die R-S-A-S-A-S-A-S-A-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S.